Ich war heute hier zu Gast in Obernburg im Buchkabinett, durfte mein Buch vorstellen und eine unglaublich interessante Diskussion führen mit vielen sehr netten Menschen hier. Und ich wünsche mir, wenn ich am 16. Januar wieder hier bin in Großwallstadt, eben jene Menschen wieder zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Und ich freue mich sehr drauf.